Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid hier auf meinem Brettspielkanal. Heute habe ich eine kleine Review für euch und zwar geht es um das Spiel Bonsai. Seht dieses wunderschöne Cover, ich möchte euch gerne was zu dem Spiel erzählen. Doch bevor es losgeht, gibt es eine kleine Regelerklärung und danach geht es weiter mit dem Fazit. Also, auf geht's! Lege das Kartentableau in die Mitte des Tisches. Mische die Zen-Karten zusammen und achte darauf, dass du vorher die Karten aussortiert hast, die für eure Spieleranzahl nicht vorgesehen sind. Das erkennst du an den Punkten unten links auf den Karten. Drei Punkte zum Beispiel bedeutet, dass diese Karte nur bei drei oder vier Spielern zum Einsatz kommt. Lege den Stapel auf das Feld ganz links auf deinem Kartentableau. Decke daneben vier Karten offen aus. Für die Zen-Karten gibt es in Anleitung noch einen weiteren alternativen Aufbau, der vorsieht, alle Punktekarten im Zen-Stapel in die obere Hälfte zu mischen. Das kannst du halten, wie du möchtest. Lege alle Bonsai-Plättchen bereit. Stämme, Blätter, Blüten und Früchte. Der Vorrat gilt dabei als unendlich. Wähle drei Ziel-Plättchen-Farben, mit denen ihr die Partie spielen wollt und legt alle Plättchen der ausgewählten Farbe bereit. Bei zwei Spielern wird jeweils das Plättchen mit der mittleren Länge entfernt. Jeder Spieler nimmt sich eine Pflanzenschale und ein Saishi-Plättchen in einer Spielerfarbe. Zuletzt werden noch Startplättchen verteilt. Der Startspieler bekommt einen Stamm und dann im Uhrzeigersinn Stamm, Blatt, Stamm, Blatt, Blüte, Stamm, Blatt, Blüte, Frucht. Das Spiel läuft zugbasiert. Wenn du an der Reihe bist, kannst du genau einen Zug machen. Das Spiel wird so lange gespielt, bis die letzte Karte vom Zen-Stapel aufgedeckt wurde. Dann hat jeder Spieler noch genau einen Zug. Wenn du an der Reihe bist, hast du folgende zwei Optionen. Meditieren oder Kultivieren. Fangen wir einmal mit dem Meditieren an. Das Meditieren bedeutet, dass du eine Karte aus der Auslage und den auf dem Tableau darunter befindlichen Bonus nehmen darfst. Anschließend schiebe alle Karten so weit nach rechts wie möglich und decke eine neue Karte auf. Es gibt fünf verschiedene Kartenarten. Wachstums- und Werkzeugkarten legst du, nachdem du sie dir genommen hast, ganz links und rechts leicht versetzt an dein Saishi-Plättchen an. Werkzeugkarten bringen dir permanent mehr Stauraum für deine Bonsai-Plättchen, wohingegen Wachstumskarten dir erlauben, mit der Kultivieren-Aktion, zu der ich gleich noch komme, mehr Plättchen an deinen Bonsai anzulegen. Helfer-, Meister- und Punktekarten legst du nicht an deinen Saishi-Plättchen an. Helfer- und Meisterkarten führst du direkt, nachdem du sie genommen hast, aus. Helferkarten zeigen dir immer ein oder mehrere Plättchen, die du direkt an deinen Bonsai anlegen darfst, sofern du sie in deinem eigenen Vorrat hast. Meisterkarten erlauben es dir, weitere Plättchen aus dem allgemeinen Vorrat in deinen persönlichen Vorrat zu legen. Dabei musst du immer dein Vorratsmaximum im Blick haben. Dieses liegt am Anfang des Spiels bei 5 und kann durch Werkzeugkarten erweitert werden. Du darfst jederzeit Plättchen aus deinem persönlichen Vorrat ablegen. Punktekarten erlauben dir am Ende des Spiels zusätzlich Siegpunkte zu sammeln. Zum Beispiel bringt dir diese Karte 2 Punkte pro Helfer, den du während der Partie genommen hast. Dann erkläre ich dir noch kurz die zweite Option, die du in deinem Zug hast, nämlich das Kultivieren. Beim Kultivieren kannst du Plättchen aus deinem persönlichen Vorrat an deinen Bonsai anlegen und zwar immer maximal so viele pro Typ, wie es dir dein Saishi-Plättchen und deine Wachstumskarten anzeigen. Die Reihenfolge dabei ist egal. Hast du weniger Plättchen, als du legen kannst, dann lege so viele, wie du kannst. Genauso wie für das Anlegen durch Meisterkarten gibt es einige Legeregeln, die du beachten musst. Stammplättchen müssen immer mit mindestens einer Kante an ein anderes Stammplättchen angelegt werden. Blätterplättchen müssen immer mit mindestens einer Kante an ein Stammplättchen angelegt werden. Blüten müssen immer mindestens mit einer Kante an ein Blätterplättchen angelegt werden. Früchte müssen immer mit mindestens zwei nebeneinander liegenden Kanten an ein Blätterplättchen angelegt werden und dürfen sich nicht berühren. Solltest du mal zu Beginn deines Zuges kein Stammplättchen mehr anlegen können, weil alles mit Blättern bedeckt ist, darfst du so wenig Blättchen wie möglich abwerfen, um Platz zu machen. Kommen wir einmal zu den Zielen, die du während der Partie erfüllen kannst, um weitere Punkte zu ergattern. Die ausliegenden Ziele zeigen Bedingungen, die du erfüllen musst. Du kannst jedoch ein Ziel nur in dem Moment erfüllen, in dem du die Voraussetzungen geschafft hast. Hast du ein Ziel erfüllt, musst du dich entscheiden, ob du es werten möchtest. Dann ist es für keinen anderen Spieler mehr verfügbar. Möchtest du es nicht werten, kannst du auf das nächst höhere Ziel spielen. Das birgt jedoch die Gefahr, dass dir jemand zuvorkommt beim nächsten Ziel und du leer ausgehst. Du darfst nur ein Ziel jeder Farbe werten. Wenn das Spiel vorbei ist, werden Punkte gezählt. Jedes Blattplättchen an deinem Bonsai bringt dir drei Punkte. Jede Blüte gibt dir so viele Punkte, wie sie freie Kanten hat, also maximal fünf. Jede Frucht gibt sieben Punkte. Addiere dann noch die Punkte von deinen Punktekarten und den gewerteten Zielplättchen hinzu. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ja, Bonsai ist ein Plättchenlegespiel für ein bis vier Spieler. Ich würde es in den Bereich Absacker einordnen, weil man es doch sehr leicht und relativ kurz runterspielen kann, ohne wirklich viel nachdenken zu müssen. Es ist wirklich sehr kurzweilig. Teilweise gehen die Züge wirklich sehr flott und gerade bei zwei Spielern muss man wirklich aufpassen, dass man noch weiß, wer an der Reihe ist. Ja, die Züge sind teilweise so kurz, dass man da wirklich durcheinander kommen kann. Asiatische Settings bei Spielen mag ich ja sowieso, aber beim Thema Bonsai ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Als ich beim Regellesen dann gemerkt habe, dass das Wort Bonsai gar nicht den Baum meint, sondern die Kunst, diese kleinen Topfbäume zu gestalten und ich dann noch diese Abbildung in einem Regelheft gelesen habe und auch die Ziele teilweise auf diese verschiedenen Gestaltungsrichtungen einzahlen, ja, da war ich vollends hin und weg. Das Material ist solide, die Plättchen sehen wirklich schön aus und wenn man nicht ganz völlig absurd gebaut hat am Ende des Spiels, sieht das Gebilde, was man vor sich liegen hat, dann tatsächlich aus wie ein Bonsai. Ein bisschen Würze bringen diese Ziele ins Spiel. Das ist dann auch eigentlich die einzige Interaktion, bis auf, dass man sich die Karten da noch wegnehmen kann. Man muss wirklich genau aufpassen, welcher Mitspieler welche Ziele wann eventuell erfüllen kann und man muss sich dann wirklich gut überlegen, ob man die Ziele, die man erreicht, dann werten möchte oder ob man auf das nächst höhere Ziel geht. Vielleicht schnappt es einem dann der Gegner weg, aber wenn man genug Vorsprung hat, dann sollte man das vielleicht doch riskieren. Das ist eine ziemlich coole Entscheidungsmöglichkeit bei diesem Spiel. Von den Punktekarten allerdings bin ich nicht so richtig überzeugt. Die bringen eigentlich immer pro Voraussetzung zwei Punkte und am Ende ist eigentlich jede Punktekarte immer mindestens sechs Punkte wert, weil man doch diese Voraussetzungen relativ oft erfüllt. Und dementsprechend sollte man sich eigentlich jede Punktekarte schnappen, sobald sie verfügbar ist. Und das kann dann doch sehr swingy sein, wenn man dann in seinem Zug nie Punktekarten zur Verfügung hat und die anderen aber immer Punktekarten, kann das ein bisschen unfair wirken. Insgesamt ist Bonsai für mich ein wirklich sehr gelungenes Plättchen-Degespiel mit einem für mich super coolen Thema und es ist einfach ein Spiel für zwischendurch und dementsprechend Daumen nach oben. Das war es mit meinem Video zu Bonsai. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, sei es mit der Regelerklärung oder mit meiner Meinung zu dem Spiel. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf meinem Kanal, da verpasst ihr auch kein zukünftiges Video mehr hier auf meinem Brettspielkanal. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen und ja, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier nämlich zwei Vorschläge. Hier oben ein Gespielt-Video aus den letzten Tagen und Wochen. Da stelle ich immer fünf Spiele vor in diesem Format. Und hier unten habe ich ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Klickt einfach mal durch und ansonsten schaut einfach mal ein bisschen auf meinem Kanal nach vielen verschiedenen Videos. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.